Musik Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans Ja, nach langer Zeit mal wieder hier mit der Gangstermütze Ich bin ehrlich, ich hatte einfach nur keinen Bock mir die Haare zu machen Und erstmal eine kleine Info Wir haben jetzt Sonntagabend, wo ich dieses Video aufnehme Ihr werdet das Video Montagabend sehen Die dritte Ankündigung, ich hab's schon dreimal gesagt Ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch in München Pendel zwar, das heißt ich bin abends zu Hause Werde aber später heimkommen und muss dann auch lernen Weil am Mittwoch schreibe ich eine Prüfung oder meine erste Prüfung Und deswegen könnt ihr euch schon mal drauf einrichten Dass es Dienstagabend, Mittwochabend und wahrscheinlich auch Donnerstagabend Da muss ich noch schauen Kein Video geben wird, also zwei oder drei Tage Weil ja, ich denke ihr seht das mir nach, dass da die Prüfungen vorgehen Deswegen Clash of Clans und Clash, nee, sorry FIFA und Clash Royale habe ich vorproduziert Clash of Clans, habe ich ja schon mal gesagt, bin ich immer brandaktuell dabei Von daher wird's das diesmal nicht geben So, jetzt haben wir hier eine Nachricht Von einer neuen Clashcaller ID Das heißt, der Clan wollte aus Und ich möchte euch natürlich zeigen, wie das Baby ausgegangen ist Wir haben einen 70 zu 53 mit 92,76 Gesamtzerstörung Allerdings wurden nur 44 Angriffe benutzt Also wenn ihr mal seht Tobi, muss ich mal noch nachhaken, was da los war Surgeon Joe hat da nicht mehr Angriff von unten Gut, Major mit seinem zweiten Account und Mini-Only Die RMA war eigentlich klar Aber es sah richtig gut aus, wir haben die Eins, die Zwei, die Drei Getwustart, die Vier, Getwustart Fünf und Sechs auf Zwei und dann alle Rathaus Neuner auf Drei Wenn wir uns das Ganze statistisch anschauen Haben wir 20 zu zwei Threesstars und 0 One-Stars Und anders als die, wenn wir hier rüberspringen Seht ihr, die haben die Eins und die Zwei nur Getwustart Mit euch machen will Ob das auch wirklich so ist Dass wir uns mal Ähm Den heroischsten Kampf, also Angriff und die heroischste Verteidigung anschauen Und der war von TC auf die Eins Auf Dark Lorde Und wir haben hier einen Golem Wizard Witches Pekka-Angriff Also haben wir auch zwei Pekkas dabei Sein Grand Warden auf Stufe 7 30 und 33 Helden Erdbebenspells Zwei Wut, zwei Freeze Und auch hier fängt an, erst mal mit Minions Schon mal um die Prozente zu sichern Oben ein paar tote Ich nenne sie immer Luftgebäude Ja, tote Luftgebäude auszuschalten Und wird dann am Ende Ich weiß nicht, wo wir rauskommen Und vielleicht knackt ihr die 10% Wahrscheinlich nicht ganz Aber hier unten geht es los Hier gibt es den Erdbebenspearl Und wir sehen hier ein recht offenes Zentrum dann Wo man relativ leicht durch reinkommt Und da wird es wahrscheinlich auch Entweder Teslas oder Riesenbomben geben Also ich habe den Angriff selber auch noch nicht angeschaut Hier oben seht ihr, werden noch weitere Prozente genommen Mit 7 Die Bauhöhle geht auch noch Ja, dann holt ihr da oben fast 10% So, kommen wir mit zwei Golems rein Macht die Hexe hinterher Macht sie aber nebeneinander Also nicht alle auf eine Fläche Und mit den Magiern klärt er die Außengebäude Jetzt kommt er auch mit den Helden und mit den Peckers Sodass die auch ja ins Zentrum reinziehen Und aus der Glamurg kommen Riesen Haben wir hier Single Inferno? Nein, zweimal Multi Inferno Aber er hat trotzdem Riesen dabei Jetzt gibt es den ersten Woodspell Und den ersten Free Spell Über die Artillerie King zieht schon wieder fleißig in die Mitte rein Auch die Peckers Und ich denke jetzt würde hier gleich nochmal So ist es den zweiten Woodspell Und auch den zweiten Free Spell Drüberhauen Den hat er auf eine interessante Stelle gesetzt Hier links auf die Kanone Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war oder nicht Aber ihr seht das jetzt hier Die Peckers unter halber Wut Rathaus schmilzt sowas von dahin Und dadurch, dass der Weg zum Rathaus wirklich sehr, sehr kurz war Ihr seht Jetzt innerhalb weniger Sekunden werden auch die 50% fallen King hat er noch gezündet Grand Warden auch Die Queen kann er noch zünden Die Golems tanken jetzt 50% da Und hier oben hat er ja was geholt Und ihr seht, der Angriff läuft auch noch 1 Minute 50 Das heißt, das schauen wir uns mal alles in Zeitlupe an Und wir sehen auch Dass er jetzt 54% hat Das heißt, hätte er da oben nicht die 7, 8% geholt Hätte er zwar das Gebäude noch bekommen Aber dann wäre es knapp gewesen Also wirklich dahingehend eine schöne Taktik Dass er das erst mal mit den Minions so gemacht hat Heißt also, dass er da oben die einzelnen Prozente gesammelt hat Hat sich hier unten auch noch was geholt Und ich denke, das Goldlager, nee, das bekommt er nicht mehr Und hier oben die Kaseine auch nicht mehr Und ist dann am Ende mit 58% ausgestiegen Aber auf alle Fälle ein schöner Angriff Was ich auch gesagt habe, was ich jetzt fast schon wieder vergessen hatte Ich wollte euch ja auch Angriffe gegen potenzielle Rathaus 8er zeigen Wurden zwar, muss man ganz ehrlich sagen, von Rathaus 9 angegriffen Aber ich möchte euch auf alle Fälle zeigen Wir haben hier einen Go-Lava-Loon-Angriff Und es wird erst mal mit einem Schweinchen die Klambuk gelockt Wo wir einen Drachen drin haben und einen Loon Da haut erst mal zwei Giftspays draus Und schaltet die dementsprechend damit aus Und ja, diese Rathaus 8 Base Ich habe jetzt einen direkten Vergleich über Pepsi Die mittlerweile Rathaus 9 ist Also da werde ich jetzt in Zukunft, habe ich auch schon gesagt Wieder das ein oder andere Video zu machen Spuren wir mal kurz vor Während er die Klambuk ausschaltet Und sobald der Drache down ist, gehen wir wieder zur einfacher Geschwindigkeit So, hier unten zwei Golems Ein Gemaxter aus der Klambuk Und ein Level 4 Golem Macht ein paar Magie hinterher Fünf Stück, sechs Stück an der Zahl Und hat jetzt auch Mauerbrecher Anders als ein Rathaus 8er Was das Ergebnis natürlich ein bisschen verfälscht Hat er Jumpspell dabei Was dann auch hilft, in die Mitte reinzuziehen Wobei das in dem Fall schon wichtig ist Aber nicht ganz so wichtig Da er am Ende ja über die Luft kommt Und was man auch nicht vergessen darf Er hat die Queen noch dabei Den ihr auch als Rathaus 8er nicht habt Von daher ja RMA und Mage haben mit ihren Zeitaccounts natürlich nicht angegriffen Ihr habt ja, wenn ihr es noch in Erinnerung habt, gesehen Das war Rathaus 6 Jetzt hat er den King gezündet Und hat noch drei Wutspers dabei Und hat hier schon mal einen schönen Riesenbomben ausgelöst Was eigentlich irrelevant ist Aber es geht jetzt hauptsächlich um die Luftabwehr Und da hat er jetzt schon die erste hier unten down bekommen Und der Golem geht jetzt hier auf die nächste Zusammen mit dem Magier Die ist auch down Und dann haben wir nur noch eine hier oben verbleibend Er kommt hier mit den Zwei Hounds Macht die Luft hinterher Und hat bisher noch keinen Wutspers benutzt Hier oben kommt auch mal Luns Der Luftfeger Fegt hier nach innen Und ihr seht, die eine Luftabwehr Die hält sich doch recht wacker Da kam niemand so richtig hin Und der Hound splittet sich Aber wir haben noch einen zweiten Hound Zentrum wurde geklärt Queen kann immer noch zünden Und ja, klar War ein Overkiller Sie hat nicht einen Wutspers gebraucht Ich bin gespannt, ob sie es noch raushaut Oder ob sie sich auch spart Queen hat er noch gezündet Doch, ganz arrogant Oder was heißt arrogant Man macht das ja so Oder die Jungs machen das zumindest so Hat er alle drei Wutspers in die Mitte reingehauen Und ja, immerhin mal Auch wenn es vielleicht nicht ganz aussagekräftig ist Ein Angriff gegen Rathaus 8 Und jetzt ist die Frage Wenn ich jetzt die heroischste Verteidigung anschaue Von der 21 Schauen wir mal, was hier so abging Da hat Jakob angegriffen Gegen einen Rathaus 9 Wollte das Ganze auch über die Luft Only über die Luft Also hat hier vier Hounds dabei Und hat die Clambo-Glocken wollen Hat nicht richtig geklappt Warum? Weil hier einfach ganz viele Bogen drin sind Und dann kommt es noch Magier Und er opfert nochmal eine Loon Und damit kriegt er die vielleicht sogar schon dauernd Wenn der es droppt Ja, die ersten zumindest Aber da ist immer noch mehr drin Und das hat Zeit gekostet Und das hat auch Ressourcen gekostet Ich denke, er wird jetzt wahrscheinlich aufgegeben haben Haut hier zumindest den ersten Wurzbill drauf Um die schon mal down zu bekommen Ja, ist dann suboptimal Aber da seht ihr Da kann so eine Clambo einem doch Einen Strich durch die Rechnung machen Er ist dann auch am Ende eben über die Luft gekommen Und ja, wenn es die heroischste Verteidigung war Dann können wir schon mal wissen Dass es am Ende wohl nicht geklappt hat Aber ich denke, das ist vielleicht auch ganz interessant Mal sowas wieder mit reinzunehmen So, ich käppe hier etwas gerade Können wir mal schauen Vielleicht überlege ich mir da irgendeine Kategorie oder so Kommt jetzt von hier oben mit seinen zwei Helden Den King hat er schon zünden müssen Mauerbrecher hat er keine dabei Interessant Also ich weiß auch nicht Ein King ausgeschaltet Jetzt kommt ein Drache aus der Clambo Hier haut er den Giftspill draus Und das war ein Aspekt Der natürlich das Ganze erschwert hat Dass hier jetzt der Drache noch austeilen kann Und die Hounds dementsprechend Zusätzlich zur Luft Aber werden noch mehr einstecken müssen Hat hier drei Wut und zwei Eilen noch dabei Immer noch kein Split Ähm, ist kein Split Kein Tod vom Drachen Dafür ein Split vom Hound Und immer noch kein Spell benutzt Hier oben die nächste Luftabwehr Da ist er nochmal mit zwei Hunden drauf Hier gibt es Ähm, den ersten Wutspill Aber ja, der Drache Niemand kann ihm was zu Leide tun Er hat die drei Magier könnten es noch Aber das wird wohl nicht ganz funktionieren Und am Ende Ihr seht hier Er hat die Spars über Spars Aber Der Drache Langsam war sicher Macht hier allen Angst Fliegt hier umher Eine Luftabwehr ist auch noch da Der nächste Houndsplit Und ihr seht Bisher sind wirklich sehr sehr wenig Prozente geholt 30 an der Zahl Und am Ende wird es dann auch eben Gar nichts geworden sein Und da war hauptentscheidend Ja, ich weiß auch nicht Warum ihr gar keine Luftabwehr ausschalten wollt Also ich bin eher ein Fan von Go-Lava-Luna Statt nur von Lava-Luna Es kann schon klappen Ähm, gerade wenn es wie hier Die Luftabwehr noch nicht so stark ist Aber ja Dieser Drache war am Ende eben Ihr seht Der Magier wollte noch was machen Konnte aber nicht Und so konnte er dann auch nicht mehr Prozente holen Hier wären noch tote Gebäude gewesen Um eventuell die 50% zu knacken Aber Bevor jemand diesen Drachen angreifen kann Ähm, schaltet der Drache dich schon aus Ihr seht hier den Magier Wollte was machen Aber der Drache war schneller Und dann gab es am Ende 42% für Jakob Und ganz klar Hier das ausschlaggebende Kriterium Dass er die Klamo nicht komplett gelockt bekommen hat Dass da der Drache Zu mächtig war Ähm, dann schauen wir mal Was wir uns hier noch aus einem der letzten Angriffe mitnehmen Illusio 17 auf die 10 Das hört sich doch immer gut an Ein 3-Star mit Go-Hog Ich wollte schon wahrbringen Nein, hier keine Walküre Ähm, kommt hier mit 2 Golems Und hat Erdbeben-Sperls dabei Erdbeben-Zauber Manchmal nervt mein Mix Zwischen Englisch und Deutsch Aber ich hoffe, finde Ich glaube, dass das nicht so tragisch ist Ob ich jetzt Erdbeben-Zauber Oder Erdbeben-Sperls sag Oder gleich Earthquake Ähm, ja Sei mal dahingestellt So, hier oben jetzt dieser Besagte Erdbeben-Sperl Haha Und der Geht schon Richtung Zentrum rein Hat keinen Jump-Sperl mehr Ähm, um dann noch drüber zu Aber gut, er hat auch keine Walküre Aber ich denke, wird die Heal-Spells aufheben Für die Schweine Jetzt kommt er hier mit Wut Und kommt auch hier jetzt schon Von links Mit den ersten Schweinchen Man muss jetzt den King zünden Doppelriesen-Moment in der Mitte Gegen Down Das war ausschlaggebend Das war wichtig Und ja, man muss sagen Go-Wahog Also mit den Walküren Hat mittlerweile bei uns Und ich weiß nicht, wie es in anderen Clans ist Ihr könnt ja mal schreiben, was für euch auch so ist Den klassischen Go-Hog Wie es jetzt hier Illusio gemacht hat Fast schon abgelöst Also einfach dahingehen Dass die Walküren zusammen mit den Golems Und den Helden in die Mitte ziehen Mit dem Heal-Spell ein bisschen überleben Schön weg tanken Und natürlich im Hauptaugenmarkt Die Riesenbomben ausschalten Und im Optimalfall schon einige Ähm, Dev-Einheiten ausschalten Das sind Magiertürme Das sind die Minenwerfer Die für die Schweine so Der Angstgegner Nummer 1 sind Und jetzt kommt er hier unten nochmal Mit dem Riesen Nimmt den zum Tanken Und die ersten Schweinchen Hier nochmal eine Riesenbombe Ich weiß nicht, ob er hier den Heal-Spell nimmt Na, da mussten jetzt einige Schweine dran glauben Hat sich dann lieber dazu entschieden Seine restlichen Schweine Mit denen er da unten kommt Ähm, gleich nochmal zu heilen So ist es Der Heal Einmal für die Schweine oben Einmal für die Schweine unten Aber war doch gut Queen hat überlebt King ist down Und hier oben Hat er auch schon die ersten Dev-Einheiten Dev-Einheiten Die ersten Aufräum-Truppen Aber hier ist viel übrig geblieben Also zu diesem Zeitpunkt Hätte ich jetzt schon ein bisschen Schiss gehabt An der Lusius-Stelle Aber wir können das ja Ganze In vielfacher Geschwindigkeit anschauen Es hat dann geklappt Schweinchen hätte er vielleicht Nach dieser Riesenbombe Hier oben einen Heal nutzen können Weil der Magierturm Ihr wisst das Die Kombo Aus Riesenbombe Und Magierturm In Kombo mit Schweinen Geht meistens nicht gut aus Aber Es wurde Noch gerade so überlebt Und gerade dadurch Dass auch die Queen gut dabei war Und ein paar Schweinchen Überlebt haben Sind die hier Munter über die Base gehüpft Und haben am Ende Auch noch die 100% gesichert So meine Freunde Ein schöner Clanwurm Wir schauen mal kurz Auf die nächsten Gegner Ich hab noch gar nicht drauf geschaut Mumbai Boys Also hier war es aus dem Asiatischen Raum Aus Indien Mit 190 Siegen Clan Level 9 Sage ich jetzt schon mal Das wird richtig knackig Wir schauen mal Von der Aufteilung kurz Wir haben 2 Rathaus 11 Und bis zu 7 Rathaus 10 1 Rathaus 11 Und bis zu 7 Rathaus 10 Und hier unten Haben wir 2 mal Rathaus 8 Und bei uns Gar kein Rathaus 8 Und wer ist denn hier Pazzy Haben wir einen geruschten Rathaus 10er Oder das wird 9.5 sein 20er und 17er Heldner Ja scheint fast zu Muss ich mal abklären Sind hier auch ein paar Und wir schauen gleich noch Was ich hier spenden darf Ein Hund Und für Den unter mir Also bilden wir den Hund Gleich mal aus Und den Clanwurm Da werde ich euch dann Nur eine Zusammenfassung Wahrscheinlich zeigen können Wie gesagt Ich probiere es Irgendwie Vielleicht klappt es Dass ich die nächsten 2-3-Tage-Videos mache Aber seid mir nicht böse Wenn da Clash of Clans Pause ist Weil einfach wie gesagt Die Lernerei vorgeht Ich habe es auch schon gelernt Es wird jetzt auch in den 3 Tagen Nur wiederholt Aber Mittwochnachmittag Wird dann die Prüfung geschrieben Und gerade die erste Oder generell alle Möchte man natürlich Wenn alles Platz läuft Aufs erste Mal bestehen Yo Ich hoffe die heutige Folge Hat euch gefallen Ein cooler Clanwurm Ein cooler Abschluss Lasst gerne ein Däumchen da Ich wünsche euch noch Einen schönen Montagabend Und wir sehen uns hoffentlich Möglichst bald Mit Clash of Clans wieder Macht's gut Bis dann Ciao Ciao